Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik TV, mit einem Making-of zu The Mechanic. Wir sehen, wie eine der großen Action-Szenen des Films gedreht wird und wir sind dabei, wenn die Jungs sich an der Häuserwand abseilen. Und wie so oft in seinen Filmen übernimmt Jason Statham den Stand selbst. Das war's für heute. 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 And three, two, one, drop! Man, that looked really good. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.